. Einen wunderschönen Abend, schön, dass Sie dabei sind. Heute machen wir richtig ernst und haben uns vorgenommen, richtig toll zu kochen auf einem ganz hohen Niveau Sterneküche. Wir haben schon deshalb mal ein paar Kerzchen angemacht und zunächst mal begrüßen wir die üblichen Verdächtigen. Hier sind Cornelia Poletto, Tim Melzer, Nelson Müller, Alexander Herrmann und Alfons Schubeck. Schön, dass Sie kommen konnten. Moin, bist du gut? Schön, dass du da bist. Ja, genau. Tag. Sterneküche heute, ne? Weißt du? Oh, der Herr. Da hab ich hoffen, dass das was wird. Alle, die beste Mal. Ja, ne? Alfons. Wunderbar. So, ich sag euch gleich mal zu Beginn, ich freu mich wahnsinnig auf diese Sendung, weil ich euch immer am liebsten dann sehe, wenn ihr mal so richtig gefordert seid. Und wir haben uns heute was vorgenommen, Tim. Ja. Sterneküche. Ja, dann geh ich. Ja. Sag dir das was. Äh, Sterneküche? Ja. Ne, vom Feinsten ist heute unsere Liebe. Vom Feinsten wollte ich grad sagen, weil bei Sterneküche hätte ich abgesagt. Äh, vom Feinsten, ja. Wir dürfen uns heute austoben. Wir haben, ich glaube ich, in die Produkte heute mehr investiert als in unsere Gagen. Das ist unglaublich. Wir haben wirklich rein kulinarisch die Sau rausgelassen. Ich hab auf deine Kosten das teuerste Fleisch der Welt eingekauft. Ja. Und... Boah, geht ja schon gut los. Und das Schöne ist... Warte, lass mal, lass mal. Mach mal da weg hier, ist nix passiert. Also ich werd ja unter anderem dieses sensationelle Wacky, beziehungsweise Kobe Beef, erklär ich ja nachher noch genau den Unterschied, zubereiten. Und normalerweise brauchen wir hier für die Sendung so knapp 400-500 Gramm. Das ist das, was wir normaler schaffen. Ich hab bestellt 3 Kilogramm, damit die Mitarbeiter nachher auch ordentlich was kriegen. Weil du gesund. Ja, weil du ja ein ganz selbstloser Mensch bist. Absolut. Ich bin selbstlos gesund. Bis zum Wittnen, ja. Bis zur Aufgabe. Aber du isst auch selber gerne Fleisch, ne? Ähm, ja. Ja, Qualitätsfleisch. Also ich esse immer weniger, aber dafür immer besser. Weniger? Ja, viel weniger, aber immer besser. Das heißt, wenn du kein Fleisch isst, wie weichst du aus? Was isst du da? Dich und Tofu, das kann ich mir nicht vorstellen. Selbst Tofu hab ich schätzen und lieben gelernt, ernsthaft. Also das sind so Sachen, das ist immer die Frage, wie man herangeht. Ich hab neulich mal bei mir im Restaurant gekocht, vegan. Sechs Gänge. Vegan? Brauchst du jetzt jede Zielgruppe oder was? Nein, ernsthaft. Du und Tofu, das kauft ja kein Mensch. Doch wirklich, ernsthaft. Ich glaub, sie machen es halt. Ich hab vegan gekocht, sechs Gänge und jeder einzelne für sich war ne einzige Bombe. Wirklich. Man muss immer so sich den Hauptbestandteil denken. Eine Kalorienbombe vielleicht. Nein, das war wirklich lecker. Das Problem ist immer, dass wenn wir als Koch, wir haben ja hier, haben wir den Fisch, hier haben wir das Fleisch, da haben wir wieder Fisch, da haben wir wieder Fleisch. Wir haben immer einen Hauptbestandteil, aber die Kreativität des Gerichtes ist ja eigentlich eher in den Beilagen. Also in der Soße, in den Zubereitungen und 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 und. Und dann einfach das Ding weglassen und so. Lustig. Was ich ja wohlführend finde, sind so Tofu-Schnitzel oder so Würstchen dann auch. Schlimm. Oder was, gibt's sogar in Kotelettform. Hähnchen, halbe Hähnchen aus Tofu. Ja, ja. Halbe Hähnchen aus Tofu. Ich weiß nicht, wofür braucht man das dann? Wahnsinn. Man muss sagen, wenn man Tofu ohne Fantasie zubereitet, dann schmeckt's wirklich wie Pappmaché. Vegan ist natürlich ein großes Thema, ist auch wichtig für dich. Ein bisschen Fleisch wegzulassen, oder Alfons? Nicht immer so viel Fleisch. Wie machst du's? Wir machen es sehr, da braucht ja kein Fleisch. Heute nicht, aber grundsätzlich isst du viel Fleisch, privat? Wenig nicht. Wenig nicht? Ich mein, so ein Körper muss natürlich ernährt werden. Das ist nicht so wichtig. Oder? Ja. Herrlich. Ohne Fleisch ging's nicht. Alexander Herrmann hat auch hier wunderbares Fleisch und hat auch, Tim, so wie du, weder fremde Kosten noch Mühen gescheut. Fremde Kosten, ja. Was ist das für ein Fleisch? Kalbsfilet. Ah ja. Das ist quasi ein Schnäppchen gegenüber, das war gut. Aber ich mach's ein wenig teurer, weil ich halt, ich tu da einen schwarzen Drüffel rein. Ja. Ich hab so kleinere Knollen am Begesrand gefunden. Darf ich mal? Was kostet so was? Ja, das ist 1,69 Euro. Ein Gramm. Ja. Ein Gramm. Ein Gramm kostet im Moment 1,69 Euro. Ach, netto. Netto. Also plus noch einmal 19 Prozent Mehrwertsteuer. Das heißt, wir verkochen hier mal entspannte ... Na, das sind jetzt so 380 Euro, die ich dabei hab. Ja. Und die nehm ich auch wieder mit. Das ist ja Wahnsinn. Das hab ich mitge... Nein. Gut, wir haben ja Sicherheitspersonal draußen stehen, damit da auch nichts wegkommt. Ja. Dann lass uns doch mal vorne anfangen. Und wir begrüßen zunächst mal die zauberhafte, die wunderbare, die bereits kochende Cornelia Poletto. Cornelia, schön, dass du da bist. Wahnsinn. Cornelia, wie ... Was ist für dich ... Was ist für dich Haute Cuisine? Also, wenn's heute um diese Idee ging ... Warum lachst du denn jetzt schon wieder? Hat er doch super gesagt, Haute Cuisine für Süße, oder? Ja. Ich hab nie behauptet, dass ich Franzose bin. Entschuldige. Nein, ich auch nicht. Ja. Nein, ich hab einfach gedacht, also es muss teuer sein, Herr Eute. Aber wie definierst du denn Haute Cuisine? Haute Cuisine ist für mich eigentlich wirklich ... Da ist jemand, der weiß, was er tut. Das ist ein großartiger Koch, der ganz, ganz klar seine Produkte als allererstes auswählt. Und die sind von feinster Qualität. Und dann schafft er es auch noch, die perfekt gegart, perfekt abgestimmt, in Geschmack, in Konsistenz herzurichten. Das ist für mich ganz hohe Küche. Sie spricht von dir. Genau das, was ich ... Also eigentlich kannst du sagen Haute Cuisine, kannst du auch Tim sagen. Ja. Kannst auch Tim sagen. Das ist im Grunde ein Synonym. Ja. Eine Tautologie. Cornelia, was machst du uns heute? Darf ich mal vortragen? Also das ist ja jetzt nicht so aufregend. Das klingt zumindest nicht aufregend. Polettos Königsmakrele. So habe ich es genannt. Ja. Also das ist das, was man vielleicht eher als Kingfisch kennt. Also wunderbares, ganz, ganz aromatisches, sehr schönes, festes Fleisch. Ein schöner, frischer Fisch, ne? Sehr, sehr schöner, frischer Fisch. Muss er auch sein, weil nämlich eigentlich fast alles wo bleibt. Und ich habe, ich hoffe, dass ich es schaffe. Wenn wir jetzt nicht so lange quatschen, könnte ich es schaffen. Das heißt, ich habe ein Stückchen davon abgeschnitten und habe jetzt fünf verschiedene Pfeffersorten und ein bisschen Fleur de Sel im Mörser gehabt. Ja. Und habe das nur ganz kurz angebraten. Das soll also in der Mitte noch einen schönen Kern behalten. Ich mache jetzt eine schnelle Mayonnaise aus ganzem Ei. Uh, tut. In einer Minute. Dann kommen verschiedene Kräuter dazu, ein bisschen Curry, abgeschmeckt, ganz bisschen Creme fraiche. Das ist ein Teil der Makrele. Der Veranstaltung. Der ganz kurz gebradene. Dann mache ich ein kleines Tartar von der Grölingsmakrele mit Avocado und einer Römer-Salat-Vinaigrette. Und dann mache ich noch ein kleines Carpaccio mit einer Nussbutter, etwas Verven. Also diesen Traubensaft im Grunde genommen, etwas Verjus, etwas reduziert. Also grüner Traubensaft, reduziert. Bringt die Säuren mit Alpen-Malsamico abgeschmeckt. Ihr hört mir auch gar nicht zu. Das ist auch nicht so schlimm. Doch, nein. Wir sind ganz ober. Und dann? Ja, das versuche ich dann als Dreierlei von dieser Königsmakrele. Alle drei mal oberen schmecken anders auf den Teller zu denken. Ich wollte es gerade sagen. Dann steht der hier und schnippelt Champignon aus. Du siehst, wie er kleiner und kleiner und kleiner wird. Bei mir steckt ja eine Philosophie dahinter. Von mir nicht. Von mir nicht. Nein. Sehr gut. Nein, ich meine mit den Champignon klein schneiden. Ich mache das mir wirklich relativ einfach. Weil ich habe dieses großartige Produkt. So kennen wir dich. Ja. Das geht auch nicht anders. Und zwar ist das dieses Wunderbare. Kann man das sehen hier? Cornelia, vielen Dank zunächst mal. Ja, ich freue mich sehr. Und herzlich willkommen, Tim Meltzer. Ich freue mich. Tim, schön, dass du kommen konntest. Ich freue mich. Du und dieses Fleisch. Ich und dieses Fleisch. Man hat ja bestimmt mal gehört von diesem Kobe Beef, diesem japanischen Rindfleisch. Das ist das teuerste. Das angeblich mit Bier massiert wird? Ne, die trinken Bier. Die Kühe? Die Kühe selber. Doch. Also das hier ist kein Kobe. Das ist Wacky. Die Rinderrasse aus der Kobe Beef hergestellt wird. Also Kobe Fleisch. Muss auch aus Kobe kommen. Muss aus Kobe kommen. Aber die Rinderrasse selber heißt Wacky. Das ist praktisch dasselbe Fleisch. Wird bloß aus Amerika jetzt importiert. Weil die Japaner wegen Maul- und Clown-Seuche nicht exportieren dürfen. Das heißt, Kobe Beef auf der Karte gibt es in Deutschland nirgends zu finden. Außer du machst es wie ich. Der schmuggelt selber das Fleisch drüber. Aber dann machst du das nicht in der Öffentlichkeit. Das Besondere an dem Fleisch ist, dass es eben wirklich schön... Aber nochmal, Entschuldige. Die Rinder trinken das Bier? Ich habe in Japan von besoffenen Rindern noch nicht gehört. Die trinken nicht viel Bier, aber Bier ist appetitanregend. Und die Dinger sollen ja richtig schön fett werden. Das Besondere an diesem Fleisch ist, das kann man hier sehr schön sehen. Ich habe hier aber mal ein typisches deutsches Rinderfilet genommen. Das ist jetzt ein Herforder, ganz normal hier aus der Region. Hier sieht man zwar zarte Fetteinschlüsse, aber wenig. Und jetzt als Vergleich dagegen sieht man wirklich richtig schön fettdurchgezogen, marmoriert. Das macht dieses Fleisch so butterzart. Und damit die Dinger auch so fett werden, was bei Alexander Herrmann auf natürlichem Weg passiert ist, werden die Kühe allerdings eher mit Bier gefüttert. Schienen die halt Bier zu trinken. Die werden wirklich auch am Tag ein bis zwei Stunden marziert, damit das Fett sich schön in der gesamten Kuh auch verteilt. Und damit sie auch noch gut drauf sind, hören sie auch noch klassische Musik. Das machen nicht alle, aber ein Großteil der Zürchtern machen das ernsthaft. Sensationell. Wobei man sagen muss, ich habe neulich mit einem Bauern gesprochen in meiner Heimat. Und der hat mir ein Gulasch serviert. Ja. Also der ist Wirt und Bauer gleichzeitig. Und sagte dann achte mal auf dieses Fleisch. Sagte diese Kuh, die kenne ich seit ihrer Kinderzeit sozusagen und habe sie bis zum Schlachter begleitet. Und diese Kuh hatte also nie in irgendeiner Form Angst, Stress, was auch immer. Das war das zarteste Gulasch, das ich je gegessen habe. Das ist auch so. Also man muss nicht zwangsläufig jetzt auf welche Kube oder sonstiges. Das ist ja nur, weil ihr uns aufgefordert habt, einfach das Edelste vom Edeln einzukaufen. Das haben wir gemacht, aber bei bestimmten Rinderrassen oder überhaupt Tierhaltung im Allgemeinen, wenn das relativ, ich meine artgerecht und Tierhaltung sind immer zwei Dinge, die ihnen dann nicht wirklich miteinander liehen. Ja, aber wenn es dann eben tatsächlich so gemacht wird und man ein Bewusstsein dafür entwickelt, dann tut sich da auch was. Und ich finde es gut, dass wir allmählich anders über solche Dinge denken. Ich finde es auch sensationell, dass jemand wie du, das ist eigentlich schon fast frivol, dass sich einer wie du, der mit solchen Stütten Fleisch hier ankommt, traut zu sagen, ich koche regelmäßig vegan. Das ist natürlich schon hart. Nein, nicht regelmäßig. Ich habe das jetzt einmal gemacht, vegan, dieses Menü. Aber mir ist aufgefallen, dass es wirklich lecker war. Ich war selber mir gegenüber skeptisch, aber es war gut. Kennst du auch Frutarier? Weißt du, was Frutarier sind? Die heben nur das Zeug vom Boden auf, oder so? Nein, das sind Menschen, die sozusagen unterm Apfelbaum sitzen und warten, bis der Baum den Apfel freiwillig fallen lässt. Und dann essen sie ihn erst, weil alles andere ist Verletzung des Baumes. Und die zupfen auch keine Salbei-Blüten ab, weil das tut dem Salbei weh. Ja. Frutarier. Gibt es alles. Gibt es, ja. Aber nicht viele. Soll an die 10.000 weltweit geben. Ganz faszinierendes Thema. So, wir freuen uns, dass Nelson Müller bei uns ist. Herzlich willkommen. Der... Ist ja Wahnsinn. Ich habe das hier gerade noch mal in meinen Unterlagen. Das kostet richtig Geld, was du hier hast, ne? Ein Kilo kostet derzeit, glaube ich, 300 Euro für uns auf dem freien Markt. Also wenn das jetzt eine Hausfrau kaufen würde. Das ist Wahnsinn. Ich habe mir selber Fleisch aus Japan mitgebracht, das war 750 Euro das Kilo. 750 Euro? 750 Euro das Kilo. Aber es war geil. Es war echt lecker. War der Hammer. Wahnsinn. Das hat man hier nicht jeden Tag. Und du hast auch noch eine Murahata-Melone im Spiel. Über die reden wir gleich. Ne, habe ich ja nicht. Hast du nicht? Warum nicht? Die wolltet ihr nicht mehr bezahlen. Jetzt hör auf. Ist das wahr? Das ist wahr. Nein, die ist in Berlin. Die haben sie nicht bekommen. Die ist in Berlin hängen geblieben. Die ist ja nicht legal. Die wird ja geschmuggelt. Jetzt hör auf. Wir schmuggeln hier nicht beim ZDF, Mensch. Die kostet aber 120 Euro diese Melone. Gut, dass sie hängen geblieben ist irgendwo. Also, Nelson, du machst uns was ebenfalls sehr, sehr Feines. Puh. Pass auf. Ein konfiertes Bio-Ei mit Red King-Lachs. Den sehen wir hier. Rahm-Spinat und Bianchetti. Ja, genau. Bianchetti. Bianchetti ist ja eher so deine Richtung. Meine, ich. Ja, genau. Toll. Ja, also meins ist eigentlich im Grunde genommen so ein bisschen eine Kombination. Also, ich habe jetzt in meinem Gericht ist so ein bisschen, ist auch ein bisschen Kaviar habe ich mit dabei. Ja. Aus der Zucht. Ich habe den Bianchetti, den Frühlingstrüffel. Das sind halt alles teure Produkte. Aber eigentlich sagt man ja so. Was ist hier los? Hier einbogen, Kassel. Es ist ja so, dass allein diese Produkte zu benutzen. Melzer, wenn du dieses Fleisch versaust, ja, dann war es das letzte Mal, dass du hier bist. Das ist schlecht, ja. Ja, genau. Wahnsinn. Alleine diese Produkte nur zu benutzen, hat halt eigentlich nichts mit Kochen zu tun. Das heißt, nur weil man Kaviar drauf macht und Trüffel irgendwo drauf macht, ist es halt noch nicht damit getan. Ich meine, das kann im Grunde genommen jeder. Das muss halt einkaufen. Und ja, meins ist ein bisschen eine Mischung aus einem alten Klassiker von Eckhard Witzigmann. Der hat das eigentlich zum ersten Mal gemacht. Rahmspinat. Ganz klassisch mit einem Spiegelei und weißem Trüffel drüber. Und ich habe es ein bisschen abgewandelt. Also ich mache auch Rahmspinat. Den habe ich blanchiert. Und dann wird gleich eine Reduktion machen mit der Sahne. Den Rahmspinat pürieren. Richtig schön abschmecken mit Salz, Pfeffer und Muskat. Und das Ei, das habe ich, wenn du mal gucken willst, hier. Konfiert. Eben, Tim. 70 Grad warmen Olivenöl eingelegt im Grunde genommen. Also das Olivenöl auf 70 Grad erhitzt. Und dann ist nur das Eigelb hier drin warm gelegt. Und das zieht jetzt so ganz langsam durch. Nur das Eigelb? Ja, genau. Bekommt von außen so eine etwas festere Schicht. Und wenn man nachher ganz vorsichtig ist, dann kann man das mit so einem Schaumlöffel rausholen und dann auf den Spinat. Ist dann wie so ein Frühstücksei innen drin. Also wie ich es gerne mag. Ja. Und dann dazu kommt der Red King Lachs. Auch auf Niedergartemperatur gegart. Mit Kaviar, Trüffel und Trüffelschaum. Wow. Wow. Ja. Da guckst du, ne? Da guckst du, ne? Da guckst du, ne? Ja. Das finde ich so faszinierend. Und der schnibbelt weiter Champignons. Ist ja erstmal wie stoisch. Stoisch. Ja, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Nelson, da freuen wir uns drauf. Aber vor allen Dingen freue ich mich drauf, wie du das dann gleich anrichtest. Weil wir mittlerweile gesehen haben, Nelson Müller, oder? Alex, müssen wir zugeben, ist ein Meister des Anrichtens. Absolut. Absolut. Das ist so der Höhepunkt der Köchel eigentlich, ne? Das ist wahr. Fleisch aufschneiden und anrichten ist so für einen Koch wie, ne? Das Wort mit O wollte ich jetzt nicht sagen. Aber du weißt schon, was ich meine. Ne, ich weiß ihn nicht. Aber ist egal. Oh la la wolltest du sagen. Oh la la, genau. Tim, Herr Melzer. Ja. Du hast nicht mehr so eine große Fresse. Kannst mal herkommen. Danke, hat sich gerade erledigt. Ich hab's aufgekriegt. Hast du nicht aufgekriegt? Nee. Aber ich hab mir gedacht, der Tim könnte mir helfen, weil der kann dann, wie soll man sagen, mit meinem Fauxpas noch eine Nummer draus machen und dann ist es halt so schlimm. Genau. Also es hat sich irgendwie verkandelt. Also. Wir begrüßen noch mal sehr herzlich Alexander Herrmann hier bei uns in der Runde. Der, haben wir schon gehört, ne? Uns macht zweierlei vom schwarzen Trüffel. Naja. Und der Alfons ist auch hier ganz fein zugange, schau mal. Ja, aber dass er sich so ins Eck stellt dafür. Ja, das ist ungewöhnlich viel. Ja. Er zieht sich zurück. Das könnte bedeuten, dass er entweder sehr gefordert ist oder in Wahrheit ein bisschen schüchtern. Man weiß es nicht genau. Nein, ich glaube, dass er in seinem wahren Leben eigentlich ein sehr schüchterner Typ ist. Das glaube ich auch. Ja. Das ist, weil das hier, ich meine, man merkt ja auch hinter den Kulissen, da sagt er kaum was. Ganz ruhig. Entschuldigung. Also, zweierlei vom Trüffel. Einmal. Also ich habe jetzt hier ein bisschen eine Farce gemacht aus Kalbsfilet. Da hebe ich jetzt ein bisschen Trüffel ganz geschwind drunter. Und dann wird es zwischen Toastbrot oder in dem Fall habe ich Tramezin. Tramezzini. Oh, Tramezzini sind super. Das ist eigentlich die italienische Antwort auf Toastbrot. Das ist nur ein bisschen verpackter gemacht. Genau. Cornelia, kannst du mal genau erklären, was Tramezzini sind? Ich weiß das nämlich selber nicht. Tramezzini? Das kriegt man ja auf diesen italienischen Autobahnraststätten. Meistens gehören die alle Silvio Berlusconi. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Das ist wirklich so. Dem gehört fast jede zweite Autobahnraststätte. Das ist ja das klassische Brot für die Tramezzini. Aber man muss ja was essen. Man will eigentlich nicht hin, aber man muss ja was essen. Das ist wie so ein ganz weiches, ziemlich dünnes Toastbrot. Ja, aber woraus besteht das genau? Ist es ein wirklich nur ganz normales Brot? Ganz schlichtes Weißbrot. Also wirklich wie unser Toastbrot, nur ohne Rinder. Aber das schnuckt doch auch anders. Das ist so ein bisschen schwammartig. Ja, genau. Aber es ist nicht sehr viel anders. Okay. Die nehmen wahrscheinlich ein etwas anderes Mehl. Das können die mir vorstellen. Ich glaube auch. Das ist anders. Das ist einfach so. Und dann hast du halt verschiedenste Aufstrichefüllungen in diesen Tramezzini. Das ist immer so richtig schön. Das frieft und ist fettig. Ja, mit Thunfisch und allem möglichen. Auch mit Mayonnaise. Ne, brauchst du die? Ne, wegschmeißen. Okay. Also, Tramezzini, Fass und dann der Trüffel natürlich. Und da mache ich quasi ein gebratenes Trüffelsandwich. Okay. Oh, super. Super, super. Das ist bestimmt lecker. Ja. Gebraten, so leicht kross, ja? Ja. Außen kross und in der Mitte dann so ein bisschen cremig. Gut. Und dann, wenn da so ein bisschen Hitze natürlich reinkommt, dann entsteht auch beim schwarzen Trüffel der Geschmack. Das ist auch beim... Also, der Trüffel tut mir insofern ein bisschen leid als Produkt selber. Weil entweder man hat zu hohe Erwartungen an ihn. Wenn du irgendwas mit Trüffel liest, dann erwarten die Leute heutzutage das unglaubliche irre Sensationsgericht. Aber es ist halt dann doch einfach nur ein Trüffel. Und der Wintertrüffel, den ich jetzt hier habe, der kommt so ab November, aber am besten ist er... Also Dezember würde ich nicht kaufen, weil der kostet mal 1000 Euro mehr im Kilo wegen Weihnachten und Silvester. Ja? Da macht quasi die Nachfrage den Preis. Aber dann im Januar und vor allem im Februar... Oder jetzt Anfang April zum Beispiel. Dann ist so, dass die Nachfrage nachlässt und dann kriegst du den Ende März und kannst ihn bis zum 1. April aufheben. Ja, sehr gut. Und dann haben wir noch der hier. Genau. Natürlich. Sehr gut. Und das andere? Und das andere, genau. Das zweite? Dann habe ich so Kalbsfilet mit der Jungs geschnitten und... Und mit Trüffel gefüllt. Das haben wir vorhin schon gesehen. Eine Scheibe Trüffel rein, angebraten und jetzt habe ich das bei 95 Grad im Ofen. Gast du jetzt gemütlich vor sich hin. Eine Frage in die Runde. Was ist... Gibt es sowas überhaupt? Was ist das beste Essen, das ihr jemals gegessen habt? Gibt es sowas? Für einen Spitzenkopf? Das Essen meiner Mutter. Ganz ehrlich. Das Essen meiner Mutter. Das ist wirklich das... Ja. Ganz ehrlich. Ich mag zwar... Ich habe Spaß daran, so zu kochen und auch mit den teuren Produkten zu kochen, aber zu Hause könnte ich mir nicht jeden Tag irgendwie Trüffel und Kaviar und was weiß ich, was dann noch geben. Da freue ich mich wirklich über ganz einfache Sachen, die natürlich auch gut zubereitet sind. Aber mir würde auch vollkommen Rahmspinat mit einem schönen Spiegelei reichen. Super. Was ist das? Das ist jetzt der Red King Lachs. Den habe ich jetzt hier im Vakuumierbeutel und einfach so ein bisschen so ein Fond dazu. Kennst du das, wenn diese Goldfische immer oben schwimmen, weil sie... Ja, ich hatte auch mal einen Goldfisch. Jonas hieß der. Ja. Ja. Der kam auch so an. Ja. So ähnlich sieht das ja aus. Ja, so kriegt man die aus der Zuhandlung im Vakuumierbeutel. Das stimmt. Ja, ja. Genau. Und das Ganze wird jetzt vakuumiert und im Sowjetgerät gegart. Worin liegt das jetzt? Was ist das hier? Das ist so ein bisschen so ein Fond aus Fischfond, ein bisschen Brühe, ein bisschen Weißwein, ein bisschen Butter, Salz, ein bisschen Limettensaft drin. Und Wasser ist halt einfach das schonendste Garmittel oder Wärmetransportmittel könnte man sagen. Ja, das kommt einfach von allen Seiten ran und gerade bei Fisch... Es ist direkter. Ja, also Luft ist ja ein schlechter Wärmeleiter. Wir isolieren mit Luft unsere Häuser und wenn du in eine Sauna gehst, die hat 90 Grad, kannst du dich reinsetzen. 90 Grad wäre aber schon zu heiß für den Fisch. Nein, nein. In einer Badewanne mit 90 Grad kannst du deinen Hintern nicht reinhalten, da wird er gescheit rot. Weil einfach die Weitergabe der Temperatur ganz direkt ist. Ja, verstehe. Und warum vakuumierst du das? Warum ist das jetzt wichtig? Das könntest du doch jetzt einfach in deinen Topf oder... Ja, genau. Er kommt ja hier in dieses Wasserbad rein gleich. Ja. Das steht hier auf 65, ist eigentlich schon fast zu heiß. Muss gleich ein bisschen runter gehen. Das Fischeiweiß gerinnt ja schon bei relativ geringer Temperatur, bei 40 Grad. Fängt das ja eben schon an zu gerinnen. Und deshalb kann man gerade Lachs wunderbar schön langsam garen. Also wie gesagt, jetzt hier im Beutel gleich vakuumiert, also verschweißt. Und dann einfach reingehangen, 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten, dann ist der perfekt. Und man kann eben so die Lamellen so leicht lösen und dann ist er halt schön. Wenn das richtig schön durchgängig glasen ist. Ja, herrlich. Sind wir sehr gespannt. Nelson Müller, meine Damen und Herren. Und auf der Dessertposition heute und etwas ruhig, weil er sehr konzentriert bei der Arbeit ist. Alfons Schubeck, Alfons. Schön, dass du da bist. Der uns macht. Ah, das ist hier diese Tramezini-Geschichte hier. Ich hab jetzt längst noch aufgeschnitten, dass es ein wenig dünner ist. Zu viel Brot schadet dem Trüffel. Das macht auch den Gourmet zu schnell satt. Das schafft das Menü nicht. Herrlich. Also, wir sind bei Alfons hängen geblieben. Pralinenmus mit Mangostanen-Salat. Habe ich das richtig gelesen? Das sind Mangostanen. Mangostanen, die gibt es in Malaysia. Mittlerweile gibt es das jetzt überall, wo es ein bisschen tropisch ist. Das ist ein Baum, der, wenn man ihn anpflanzt, der ungefähr sieben bis neun Jahre braucht, bis er zum ersten Mal Früchte trägt. Wow. Diese Früchte, sagen wir mal, zwischen 10 und 20 Jahren, er trägt am meisten von diesen Früchten. Und so einem Baum, sagen wir mal, zwischen 500 gibt es auch. Die tragen 500 und die anderen tragen 5000. Und diese Mangostanen ... Und teuer, muss ich sagen. Ja, so ungefähr drei Euro kosten eine. Eine? Schau her. Das ist sehr antioxidativ. Das könnt ihr mir jetzt mitessen. Diese Schale ist aber sehr bitter. Das könnt ihr jetzt rauskratzen. Aber könnte ich essen? Ja, das ist sehr für die Polyphenole drin. Das ist ein sehr bitter, so hoher ... Radikalfänger. Ja, Antioxidantium halt, ne? Ach so. Ja, oder so. Sowas ähnlich. Seht schon her. Und wenn das hier ... Das ist praktisch sehr schmackhaft. Das muss ja nicht das essen, ist doch das da. Ja, du hast mir das doch eben angeboten. Du hast gesagt, darf ich es essen? Aber ich sage, ja. Du hast gesagt, es ist gesund. Ja, ja. Und hier. Und jetzt nimmt man dann diese kleinen Ripperl raus, so. Ja. Das zupft man so raus. Probier mal. Das ist sehr gut. Ja. Hier. Das schmeckt jetzt zwischen Litchi, Banane und Stachelbeer. Ja, stimmt. Super schmeckt das. Und das mache ich mit einem Mangosalat an. Die heißen zufälligerweise Mangostanen. Und da es edel ist, habe ich mir gedacht, du machst so einen Nougatmus. Nougatmus macht man ganz einfach. Nimm da ein bisschen Nougat her, ein bisschen Bitterschokolade, schmilzt die. Dann habe ich Eier mit Zucker, also zwei ganze Eier, zwei Eigelb mit Zucker aufgeschlagen, schaumig geschlagen. Habe ein Blatt Gelatine genommen. Habe es ein bisschen in Rum und ein bisschen Orangenlikör flüssig gemacht. Habe das dann unter diese Masse kommen praktisch, wo man Schokolade, Eier zusammengibt. Zieht es vom Herd weg. Habe Sahne aufgeschlagen. Und diese Sahne habe ich dann langsam untergerührt, damit das gleiche Temperatur hat. Weil sonst würde das gerinnen. Und dann zum Schluss kann es ein bisschen schneller dazu geben. Und dann nicht mehr schlagen. Dann einfach luftig unterheben. Und das ist dieses Pralinenmus. Warte, gibt einmal. Hier habe ich eine. Die habe ich ein bisschen versaut. Da habe ich ein bisschen gekleckert. Nehmen wir mal einen Löffel und probieren mal. Das ist jetzt so ein Moment, wo ich froh bin, oder in dem ich froh bin, dass es diese wunderschöne App gibt. Kennt ihr die? Von unserer Sendung gibt es eine App fürs Telefon. Ja. Kannst du die runterladen am ZDF. Und dann hast du dort die genaue Zubereitung. Das kann sich ja kein Mensch merken, was du hier gerade erzählst. Du hast doch gesagt, ich soll es erzählen. Ja, ja schon. Aber ich wusste ja nicht, dass es so lange dauert. Entschuldige. Muss jetzt kalt werden. Hier habe ich eine. Aber da war es auch keinen Wein mehr dazu zu trinken. Das geht auch so. Wenn man wenig verträgt wie du, dann ist das ja. Da sind richtig Umdrehungen drin. Hier machen wir ja ein bisschen. Das lassen Sie mal kalt werden. Hier haben wir Hippenmasse gemacht. Ein bisschen Butter, ein bisschen Mehl, Puderzucker. Das verrührt man einfach und verknetet es. Lasst es ein bisschen stehen, damit es elastischer bleibt. Ja. Macht dann so kleine Kugeln. Und die gebe ich jetzt in den Ofen rein bei 200 Grad. Vielleicht für zwei, drei Minuten. Und dann ist das fertig. Dann haben wir so schöne braune Hippen. Entschuldige. Geht so schnell, Alfons. Diese Masse. Butter flüssig machen. Ja. Dann Puderzucker drunterheben. Ja. Und dann Mehl wegziehen vom Herd. Das Mehl drunterheben. Und er gibt dann so eine Masse. Okay. Und ich lasse mich mal stehen, damit der klebt. Darf ich mal? Ja, klar. Also da könnte man jetzt auch Orange reingeben und ein bisschen Alkohol. Aber ich habe hier schon Alkohol. Dann brauche ich kein Alkohol mehr rein. Ja, da machst du kein Alkohol mehr. Und dann macht man sich so kleine Bällchen. Und die gebe jetzt in den Ofen rein. Bei 200 Grad. Nach zwei, drei Minuten sind die wunderschön braun. Und haben so kleine Löcher. Die kennst du ja. Und die gebe ich dann oben drauf. Den oben mache ich jetzt. Also woher kommt dieser intensive, ganz intensive Zucker, Honig? Was ist das? Nein, das ist eigentlich nur Puderzucker. Bestimmt Puderzucker? Flüssige Butter? Nein, normaler. Okay. Und Mehl. Wahnsinnig interessant. Eine Menge. Okay. Und dann gebe ich es jetzt in den Kühlschrank rein. Da zieht das ein bisschen an. Und dann gebe ich oben einen weißen Kaffeeschaum drauf. Das heißt, zeige ich dir mal. Warten. Und jetzt muss ich da. Komme ich. Einen weißen Kaffeeschaum. Ja. Der herzensspannender Hobby ist. Tim, wie läuft's mit den Champignons? Perfekt. Ich habe hier Kaffee. Kaffee. Super. Also Kaffeebohnen in Sahne eingeweicht. Aha. Und das lassen wir vielleicht über Nacht stehen. Und jetzt schlage ich es auf wie eine geschlagene Sanne mit ein bisschen Puderzucker. Und das gebe ich oben dann drauf. Super. Dann haben Sie einen leichten Kaffee gegeben. Ja, herrlich. Wunderbar. Großartig. Alfons, was ist das Beste, was du je gegessen hast? Gibt es so ein Gericht, von dem du sagst, das war das ultimative Essen? Also ich glaube, dass es erstens einmal die Zeit ist. Es gibt Gerichte, die ist dazwischen acht, neun, zehn Jahre. Und es ist immer die Mutter, die natürlich den Geschmack geprägt hat. Und man muss sagen, zu meiner Zeit mussten die Mütter ja noch kochen können. Die nach dem Krieg gab es das wenige. Weil die nichts hatten. Exzellent. Und es gab es auch mehr Gemüse, weil es nicht so viel Fleisch gegeben hat. Aber es gibt ein paar so Gerichte, wenn ich die heute kriegen würde. Ich würde sie noch genauso erkennen, wenn es geschmacklich so wäre, wie es die Mutter gekocht hat. Weil dieser Geschmack geht nie weg. Zum Beispiel? Ganz einfache Dinge. Jetzt sind wir wieder beim Tomatenbrot. Jetzt sind wir wieder bei den Fleischpflanzen. Jetzt sind wir wieder bei all diesen normalen Dingen. Aber letztendlich ist es immer das Normale gut gemacht. Das Produkt leben zu lassen, das ist eigentlich die Kunst eines guten Kochs. Es zu verfälschen mit Alkohol und Eintauchen und Einlegen, das ist eine andere Variante. Aber die Natürlichkeit rauszuholen aus diesen Produkten, die wir heute zu kaufen bekommen, da brauchst du ein gutes Produkt. Und wir haben ja, wenn man mal denkt, der Deutsche hat 1960 40 bis 60 Prozent fürs Essen ausgegeben. Erzähl weiter. Heute gibt der Deutsche aus 13,8 Prozent. Wir werden nur noch übertroffen von zwei Gourmetländern. Einmal England mit 9,8 und einmal Irland mit 5,7. Aber die haben gerade andere Sorgen, die Armen ihren. Ja, also, einfaches Essen, gut gemacht. Tim beherzigt diesen Ratschlag und macht viele Champignons heute. Ja. Aber auch raffiniert, oder? Nee. Nein. Dann nicht. Dann sollten wir erst mal essen. Was brauchen wir mit dem Löffel? Nee, einfach. Also wirklich einfach. Weil ich sag ja, das ist, ich find das ganz toll. Bin aber selber ja doch eher der Gruppmotoriker unter den Fünfen jetzt hier. Du, na das stimmt doch gar nicht. Du stellst dein Licht immer unter den Scheffel. Und in Wahrheit, in Wahrheit kann der fantastisch kochen. Nein. Es geht ja mehr um das Handwerkliche als solches. Und das ist ja ein bisschen zu viel. Warte mal, ihr Wort mit direkt. Ja, genau. Ich würde erzählen weiter, Tim. Aber ich freu, sowas serviert zu bekommen. Und meins ist jetzt ein bisschen am... Ich hab das Filet einfach nur im Ganzen angebraten. Jetzt in den Ofen geschoben. Unter Anleitung von Frau Poletto bei 120 Grad. Also schön entspannt, damit das Fett ganz leicht anschmilzt. Was sagst du jetzt, damit das schon mal abgesichert ist, wenn das kleine hinaufkommt? Ganz genau. Und dann wird... Dann wird's gleich nur so ein aufgeschmittenes, kurz mal in die Hand umgegessen. Keine Beinlage, kein Ding. Einfach purer Geschmack. Das war das ultimative Essen. Oder das ist der ultimative Koch für mich. Neben Alfons Schuweck natürlich und Cornelia Poletto. Und den anderen ordentlichen Verdächtigen. Nils Müller und... Es gibt Burrata. So ein schöner Mozzarella-Käse. Genau, ja, ja. Den liebe ich. Das mit einem Stück Bauernbrot, klar Champagner dazu. Ja, das stimmt. Der Käse selber ist ein relativ einfaches handwerkliches Produkt. Aber der schmeckt sensationell. Wenn du ihn bloß einmal frisch in Italien direkt nach dem Machen gegessen hast, dann nimmst du den Rotz nicht mehr, den es hier im Supermarkt abgibt. Also es ist so, es macht es manchmal echt schwer. Bestimmt, aber andererseits auch gut. Das ist super. Dass man weiß, wie es schmecken könnte. Ja, super. Und insofern muss man es dann einfach entsprechend nachfragen. Wie schmeckt es denn? Und vor allen Dingen, wie ist es genau gemacht? Also ich habe jetzt hier ein Stückchen von der Königsmakrele kurz gebraten. Mit fünf verschiedenen Pfeffersorten. Fleur de Selle und einer kleinen Freutasauce mit ein bisschen Curry. Habe ich mir von Alfons geliehen. Dann habe ich hier ein kleines Carpaccio gemacht mit Nussbutter. Ein bisschen die Säure reingebracht durch die Versue, durch den grünen Traubensaft. Und hier habe ich hier ein kleines Tartar mit ein bisschen Römer-Salat-Vinaigrette, mit etwas Wasabi abgeschmeckt und Avocado. Wer hat gegessen? Alfons. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was schmeckt dir besonders und warum? Das schmeckt alles. Das ist wunderbar. Das ist eine braune Butter. Das Carpaccio, Königsmagrele hier. Sensationell. Also da kannst du nicht meckern. Also mir schmeckt das. Ein guter Auftakt. Finde ich auch. Das ist wunderbar. Kompliment. 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 Das ist ein sensationelles Produkt. Und jetzt komischerweise habe ich festgestellt, dass viele Menschen erzählen, kann ich nicht essen. Musste ich früher immer als Kind. Aber das ist ja auch nicht zu vergleichen mit der gemeinen Makrele, die man so als Räucher am Fisch kennt. Ja. Und genau das ist dieser Punkt, dass das so noch manchmal bei der Makrele so ein wenig Image nachhinkt, dass er eigentlich gar nicht verdient hat. Und diese Makrele da... Ist der Beweis dafür, dass er Sensationell. Melzen. Melzen. Riecht es doch. Ja, also das ist... Da kann ich einfach nur noch mal drauf zurückkommen. Also wie gesagt, irgendwo Trüffel drauf zu hobeln oder Kaviar drauf zu machen, das hat nichts mit Kochen zu tun. Aber das hier ist halt irgendwie Kochen in Höchstform, das heißt mit Makrele in Anführungszeichen einfaches Produkt, aber einfach handwerklich so perfekt verarbeitet, dass es halt ein königliches Gericht wird. Das ist halt die wahre Kunst halt. Darum geht's halt beim Kochen. Absolut. Toll. Männer mit Charakter, weißt du. Ja, ja, deswegen kommst du gerne her. Tim, du hast es auch probiert. Ja, und ich finde das... Nein, ich finde es wirklich hervorragend. Dieses Gericht macht mich so ein bisschen wütend, also so ein bisschen neidisch, eifersüchtig, weil das von der Frau gekocht ist und da schmeckt man. Und das meine ich jetzt wirklich voller Respekt. Da ist eine bestimmte Handschrift drin in diesem Gericht, das hätte ich blind ertesten können, also wirklich probieren können und sagt, das ist Dinge von der Frau gekocht. Das hat irgendwas ganz Besonderes, was mich manchmal begeistert, wenn du auch bei... Seitdem du 40 bist, bist du viel, viel netter. Nee, seitdem ich sturz betrunken bin, das ist das Ding. Nein, aber ernsthaft. Das ist wie... Ich kann italienisch kochen, aber ich werde nie die italienische Küche beherrschen. Das werde ich nie tun, weil es ist immer eine Nuance, die ich nicht reinkriege. Das ist eine Mama-Küche, die italienische Küche. Das ist nicht zu wenig. Das ist einfach spannend. Und bei drei Sachen gegeneinander mit dem selben Produkt auf den Teller zu kriegen, trotzdem hat jedes einzelne für sich eine Wirkung. Das ist schon eine Meisterleistung. Also die ist gar nicht so schlecht, wie ich immer gedacht habe. Auch in der kurzen Zeit. Nein, das war wirklich gut. Cornelia. Wirklich gut. Lecker. Ganz lecker. Großartig. Ich mag die auch. Cornelia, dann machst du uns eine Portion fertig für unsere Küchenschlaggebinnerin. Ja, ja, ja. Franka Illeditsch, die wir sehr herzlich begrüßen nach vorne. Herzlich willkommen. Haben wir noch eine? Oho. Ja, ich habe noch eine. Eine. Eine, ja. Eine. Cornelia Poletto, vielen Dank. Und wir freuen uns jetzt auf dieses Fleischchen. Mach langsam. Wir wollen einmal schauen. Zunächst mal ist es so geworden, wie du es dir vorgestellt hast. Perfekt. Also wirklich so. Es ist aber sehr roh, ne? Das ist sehr roh. Ich mag es aber, weil ich wollte eigentlich jetzt hier im Fleisch nur das Fett leicht zum Schmelzen bringen, dass es hier ein bisschen auflöst, mit der Fleischfaser verbindet. Und jetzt wird das Ganze serviert. Weil dann kommt jetzt das eigentliche Aroma des Fleisches raus. Wenn du das Ding durchbrätst, dann soll der, wenn das Ding durchgebraten wird, muss das Tier davon nicht rausbeißen. Du bist los. Ja, das stimmt. Und voll gut ist es ein. Ja, Cornelia, es ist wirklich extrem roh, das Ding, ne? Ja, aber das ist, die Japaner würden das ja auch nie so im Ganzen machen. So wie Tim das jetzt aufschneidet, die haben das wirklich nur als Minimalportion ganz, ganz klein. Weil du hast einfach einen Preis bei diesem Fleisch. Das isst man nicht irgendwie wie ein riesiges Chateaubriant oder so. 400, 600 Gramm. Da isst man ja ab, ne? Also Tim melzer schon. Ich schon. Ja. Tim, was passiert jetzt weiter mit dem Essen, der Alexander ist mit seinen Tramezzini auch schon fast fertig? Naja, ich brauch schon noch einen Moment also. Wobei ich jetzt so lange gesappelt habe, ist es kalt geworden und ich schieb es noch mal kurz in den Ofen. Wenn du ein Tramezzino hast, dann verköstige ich das einmal hier vorne. Wie jetzt? Ja, nehm ich mal mit. So. Ja? Ja. Das wäre die Idee. Tim, wir müssen ein bisschen aufs Gas drücken. Okay. Weil wir glaube ich relativ... Gib mal eine Minute. Ich mach nur mal das Fleisch ganz kurz warm. Das ist ein bisschen ausgekühlt jetzt beim Labern. Aber... Ach komm. Das ist Wahnsinn, ne? Absolut Wahnsinn. Und was kommt da jetzt noch mal oben drauf, Tim? Die Marinade. Ja. Die wie hergestellt ist? Sojasauce, Olivenöl, Chili, Knoblauch, Koriander, Frühlingslauch und wirklich trockengebratene Pilze. Ein bisschen Nussbutter. Und jetzt wirklich nur... Oh! Boah, ist das so. Alexander, kommst du auch dazu bitte? Alfons, du auch? Na klar. Komm. Schon unterwegs. Es sieht grandios aus. Das liegt doch schwer auf dem Magen, oder? Ja. Also das ist doch... Aber das meine ich jetzt mit... Also es ist wirklich schön, aber das ist jetzt mehr so moderne Kunst. Das andere war eher so der Realismus und das ist hier so eher... Aber ist toll. Ist großartig. Und im Grunde relativ einfach zu machen, ne? Wie hast du denn das Fleisch, dieses sündhaft teure Fleisch genau zubereitet und gegaten? Gar nichts gemacht. Ich hab's wirklich nur ein ganz bisschen Olivenöl sehr, sehr scharf angebraten. Das muss man machen. Sehr scharf? Sehr scharf. Warum muss man das bei dem Fleisch machen? Warum bei dem jetzt so scharf anbraten? Weil es so viel Fett hat und wenig Alberschoff hat, die dann wirklich auch die gewünschten Röstaromen erarbeiten. Ah, okay. Und dann musst du es halt ein bisschen härter behandeln, im Anführungszeichen. Ruhig ein bisschen... Also muss ganz trocken sein, wenn du es in die Pfanne einlegst. Scharf anbraten und dann hab ich es eigentlich nur ein bisschen Temperatur ziehen lassen, sodass das Fett schmilzt feierabend. Mehr muss man nicht großartig machen. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Alfons. Ja, was willst du da meckern? Ja, was willst du... Was sagst du denn? Erzähl mal was vom Geschmack. Ja, was willst du da meckern? Es ist butterweig. Es ist von der Konsistenz genau richtig. Diese milde Schärfe gibt ihm noch diesen Kick, weil du meinst jetzt durch dieses weiche Fleisch, das ist ein bisschen langweilig. Aber dann kommt das in witzige Schärfe dazu. Und das ist in sich perfektes Gericht. Das kannst du jetzt nicht steigern. Okay. Cornelia hat schon probiert. Alexander, hast du schon probiert? Ja, traf mich schon. Quasi schon. War schon auf dem Sprung. Cornelia, was sagtest du, weil es eigentlich für das Fleisch ein bisschen schade ist? Was meinst du damit? Nee, ich finde das Gericht grandios. Das Fleisch ist der Hammer. Aber man muss natürlich sagen, es ist natürlich butterbutterweich und es hat einen tollen Geschmack. Aber diese Vinaigrette, sage ich jetzt mal, oder das was dazu geht mit den Champignons, das hat natürlich schon auch eine Säure, die so ein bisschen diesen puren Geschmack des Fleisches nimmt. Es schmeckt super gut zusammen. Ich finde es auch gut. Aber man schmeckt halt das Fleisch nicht so richtig, wie es eigentlich schmeckt. Also es könnte jetzt auch ein anderes wunderbar zartes Stück Fleisch sein. Normalerweise sage ich ja pappalapap, aber 100% richtig. Also das Produkt ist eigentlich anbraten, auf den Teller, Salz, maximal vielleicht ein bisschen Zitronensaft feiern. Mehr brauchst du nicht. So isst du es da auch. Es ist ja keine Beine, gar nichts, keine Soßen. Es schmeckt super gut zusammen, aber ich muss leider auch noch ein bisschen weiter essen. Das hat was vom Carpaccio, ne? Ja. Absolut. Melzen? Ja, also macht einfach total Spaß irgendwie. Man beißt rein und es ist super weich, man kann es so zwischen der Zunge und Gaumen zerquetschen. Da kannst du auch reinbeißen, ohne noch Zähne zu besitzen. Ganz genau. Braucht man nicht. Ist so, ne? Ja. Ist so, ne? Ja. Ich finde es ganz großartig, auch mit der... Ich finde auch, dass es gut ist, so roh wie es ist. Aber ich fände es eigentlich schade, wenn es jetzt weiter gegart wäre. Ja, genau. Ähm, Alexander. Gut. Ja. Super. Also eigentlich müsste man... Eine wunderbare Fleischqualität. Ich finde es ist sehr modern, interpretiert mit den Pilzen und alles. Es ist ganz toll. Ich bin ja auch der Jüngste hier. So. Nein. Ich bin ja da, ne? Ne, ne. Ich finde es der Jüngste. Ja. Was aber auch wirklich zeigt, ernsthaft, man kann einfach bei bestimmten sagen, kann man schon fast nichts mehr falsch machen. Also wenn das Produkt als solches... Ich wollte dich gerade fragen, hast du heute gut gekocht oder einfach nur gut einkaufen lassen? Ernsthaft, das ist 90 Prozent einkaufen und 10 Prozent heiß machen. Mehr ist es nicht. Na komm. Nein wirklich, es ist aber nicht mehr. Das ist das, wenn du ein gutes Ding hast, dann brauchst du wenig machen. Das ist unglaublich gut. Ich bin total fasziniert von diesem. Wer nicht kochen kann... Du hast dich auf jeden Fall heiß gemacht heute. Heiß. Heiß. Kann ich nicht. Wer nicht so richtig gut kochen kann, der spart halt ein bisschen länger, um sich so eine Qualität von Fleisch zu kaufen. Ja. Dann musst du auch nicht mehr kochen. So ganz einfach. Oder nicht? Na ja. Ich finde aber trotzdem, dass die Aromen, wie das alles zusammenkommt. Also ich höre auch nicht auf zu essen. Zwiebeln und so. Lauch. Fantastisch. Jeder müsste mal so ein Rindfleisch gegessen haben, damit er mal merkt, was geht. Das stimmt. So. Kim, machst du eine Portion? Ja? Eine Portion fertig für unsere Kindeschaft. Die Minderung. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Wobei das irgendwann ist auch Schluss mit diesem Fleisch, ne? Also du kannst es jetzt nicht so in riesigen. Ja, das war, das war nämlich die Frage vorhin, weißt du, wie viel kannst du davon tatsächlich essen? Das liegt dir ja irgendwann schon schwer auf dem Magen, ne? Du kriegst ja auch nicht viel davon, weil da müsst ihr arm. Ja, ja. Abgesehen davon. Also, sie, sie kriegen gleich die Gelegenheit, ein bisschen was davon zu probieren, wenn sie einverstanden sind. Und, äh, wir freuen uns auf das nächste Essen, das schon fast fertig ist. Ich sehe mit Faszination diese, dieses Eigelb hier. Schau mal. Das könnte von Doppeldotter, Werner, sein. Ja. Doppeldotter. Ja. Aber da ist ne Menge dort am Spiel. Und jetzt bin ich gespannt, wie Nelson anrichtet. Schau dir das an. Also. Na, ich muss erstmal hier das Fett so ein bisschen abkriegen. Ja. Es gibt eigentlich so einen Löffel dafür, das so ein bisschen Löcher hat, aber ich krieg's auch so hin. Jetzt muss man halt extrem vorsichtig sein. Setzt das hier so ein bisschen ins Spinatbett. Bisschen, ähm, bisschen Kaviar, einfach so ein bisschen auf den Lachs. Das ist, wie gesagt, bei 50 Grad im Wasser poschiert. Oh. Ja. Bisschen, ähm, Trüffelschaum halt. noch mal sitzen. Ahhhh. Ahhhhh. Ahhhh. Er fangt dir hinten links an. Wir gehen gleich noch Gabi und dann auch durchreisen. Kommt auf den Fenster. Weißt du, was ich jetzt mal machen will? So. Ein Stück so probieren. Ah, nur mit Salz. Ja, ja. Also, erzähl weiter, Nelson. Wir sind bei dir. Das stimmt doch gar nicht. Doch, wir hören dir zu. Okay. Ist gut? Mit Salz? Da kommt natürlich wirklich der Geschmack. Das merkst du halt durch die Säure nicht. Ja, ich hab schon, danke. Also. Spitze, ne? Spitzenmäßig. Alexander, komm auch zu uns, schau mal. Wunderbar. Sehr gut. Wie nennen wir das? Das ist jetzt das konfierte Bio-Ei mit Rahmspinat, geschmolzener Red King-Lachs und Trüffelschaum. Also, Bernd kennt die Frühlingstrüffel. Alfons probiert. Vorne der ersten Reihe Tumult wegen deines Fleisches, Tim. Die geben es auch nicht mehr ab. Das ist schon ganz lange da. Aha, du hast es kennst das ja. Alfons, was sagst du? Ja. Das ist ein Klassiker, der schmeckt. Lachs perfekt gemacht. Wie hättest du das Eigelkuchen ab? Wie lange? So ungefähr eine Dreiviertelstunde jetzt. Bei 70 Grad. Okay. Kann jeder das zusammen essen? Ja. Wunderbar. Das Einzige, was ich nicht gebraucht hätte, wäre der Kaviar. Aber dieses Ei mit Spinat... Von selbst zu sagen, am falschen Teller angerichtet. Aber sonst schmeckt das. Was willst du damit gerne? Ganz ehrlich. Nee, gar nichts. Der Schaum... Wie ist das nochmal genau gemacht? Was ist das? Schalotten angeschwitzt. Bisschen in Öl. Abgelöscht mit Weißwein. Bisschen Brühe drauf. Bisschen Limette rein. Sahne aufgefüllt. Dann gemixt. Bisschen Trüffel. Ich habe so ein bisschen eine Trüffelpanade reingemacht. Weil Tim hat so viel Geld ausgegeben, dass ich dachte, bei der Soße kann man jetzt ein bisschen runter vom Gas. Und das halt einfach ein bisschen Trüffelaroma hat. Und ja, dann gemixt ein bisschen Butter rein. Und der Lachs, wie gesagt, du siehst, dass man... Der ist durchgehend glasig. Sehen wir hier, super ist das. Jede einzelne Schicht kann man sich hier anschauen. Ganz genau. Und ich finde übrigens, Cornelia... Ich habe das eben mal bewusst probiert, mit dem bisschen Kaviar da oben drauf. Ich finde das ganz toll. Ja, der bringt natürlich den schönen Salz. Genau. Ich verstehe das schon. Der Trüffel braucht den Kaviar nicht. Nee, braucht er auch nicht. Aber das ist halt so ein bisschen geflotzt. Das mit Kaviar ist super. Und das mit Drüffel ist super. Ja, aber ob du den dann noch einmal... Also Kaviar mit Drüffel... Ich finde es nicht, das ist gar keine Frage. Warum nicht? Hau mal drauf. Wenn man es nicht bezahlen muss, kann man es ja mal einfach auf einen Teller bringen. Ist doch nicht schlimm. Naja, aber ich finde es fantastisch gemacht in jedem Fall. Ganz, ganz großartig. Sag mal, richtest du jetzt noch so eine Schlachterplatte an? Ich habe noch ein Kilo davon. Ja. Ist ja Wahnsinn. Kann man auch machen als Rubrik, oder? Sie tun das. Catering. Catering? Ja. Das wird hier eine Catering-Veranstaltung allmählich. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, Nelson, ganz toll gemacht. Ich danke. Das ist ja ganz, ganz fein interpretiert. Und wir freuen uns jetzt auf das Essen von Alexander Herrmann, der in den letzten Zügen liegt, wenn ich das richtig sehe. Ja, absolut. Zweierlei vom schwarzen Trüffel. Dich habe ich noch nicht gefragt, Alex. Gibt es ein Essen, von dem du sagst, das ist das beste, grandioseste, was ich je gegessen habe? Also, es ist so, dass... Eigentlich gibt es ja zwei Seiten. Entweder du hast diese emotionale Basis, gerade, dass das Elternhaus ausmacht. Ja, also Mama oder... Genau. Aber ich finde auch, und so ging es mir, dass du so außergewöhnliche Gourmet-Momente auch sehr genießen kannst. Und ich war einmal bei Hollande du Kasse in... Ach Gott, das ist glaube ich. 20 Jahre her, in Monte Carlo. Und eigentlich ein ganz unverschämter Service. Unverschämter Service? Unverschämter Service, ja. Unverschämt schlecht oder unverschämter? Ja, das war die Arroganz, so nach dem Motto, oh, da sitzen ein paar junge Deutsche. Das war schon ein bisschen komisch. Aber es hat mich nicht gestört, weil das war ein unglaublicher Moment, da zu sitzen und dann auf das Casino zu schauen. Und ich kann mich da noch an die Vorspeise genau erinnern. Und es war nichts anderes als ein gemischter Salat mit roh gehobelten Steinpilzen. Meersalz und Olivenöl. Und ich habe in meinem Leben noch nicht so einen Steinpilz da gegessen. Das ist heute noch bei mir präsent. Und ich möchte auch wieder hin, aber... Hast du irgendwann oder jemals herausgefunden, was das für ein Steinpilz war? Ja, es war halt ein normaler Steinpilz schon von dort. Aber es hat halt alles gepasst, die Atmosphäre. Du sitzt auf der Terrasse. Das sind einfach diese Dinge, die da bei mir stark mit reingespielt haben. Deswegen erinnere ich mich nicht mehr. So dieses ganze James Bond-mäßige. Hallo, jetzt weiß ich's! Ja, genau das war's. Monte Carlo, James Bond, das ist ja alles so großartig. So, jetzt... Machen wir hier mal noch die Sendung. Ist du auch so gerne Tramezzini? Ja, das ist super. Ich auch. Das ist so richtig fettig mit Mayonnaise, dass das nur so kracht. Ja, ja. Gibt's da sowas, Alphans? Tramezzini? Aber ich mag sowieso gerne Mayonnaise. Mayonnaise, ne? Aber kann man Mayonnaise auch, sagen wir mal, so machen, dass man nicht das Gefühl hat, dass man beim Essen schon 20 Kilo zu ihm? Ich mach's ja immer mit ganzen Eiern, sprich das Eiweiß dabei. Und dann ist es schon mal ein Hauch leichter. Und erinnerst du dich noch? Der Johannes King hat's mal komplett ohne Ei gemacht, nur mit Milch. Genau. Und das war grandios gut. Also man kann heute schon die Mayonnaise ein bisschen erleichtern, sozusagen. Ja. Ja, das ist wahr. Und sich selber auch. Ja, ja, in der Tat. Das sieht gut aus. Alfons, du bist auch schon fast fettig, gell? Ah! Vorsicht. Oh, nichts passiert, nichts passiert. Tim, kommst du mal kurz dazu? Sofort. Bitteschön. So. So sieht's aus. Trüffel. Zweierlei. Zweierlei vom schwarzen Trüffel. Wahnsinn. Diese sehr großen Trüffelstücke, wie hast du die genau gemacht? Die habe ich in Scheiben geschnitten und ich habe die Birne ganz kurz ein bisschen angebraten in Butter und dann habe ich die Scheiben reingelegt in diese warme Butter, dass die ein bisschen garen. Und das war's eigentlich. Und in dem Moment, wo es nicht ganz so dünn ist, finde ich, ist das schon ein anderes Erlebnis, wenn du auch so ein dickes Stück Trüffel beißt, als wenn das so dünn gehobeltes Ding ist. Ja, deswegen. Deswegen. Wenn ich jetzt dünn hobel, habe ich den Teller voll. Genau. Und somit, wenn ich jetzt böse bin, könnte ich sagen, hätte ich Effekthascherei betrieben. Weißt du? Der Meltzer steckt gerade den Trüffel ein. Und du bist ein Arsch, dass du mich verpetzt. Ja, natürlich. Isst du gerne Trüffel, Tim? Man passt eigentlich gar nicht zu dir so, finde ich. Trüffel. Fleisch, ja. Trüffel, nochmal, mir geht's nie um den Preis, mir geht's... Nein, nein, lass mal den Preis weg. Nur vom Geschmack meine ich jetzt. Ich muss sagen, dass ich in London für jemanden gearbeitet habe, Antonio Caluccio, der ist sehr bekannt für seine Pilzgerichte. Und da sind die Bauern wirklich direkt, also die Pilzsucher, die Trüffelsucher direkt, wenn sie gefunden haben, ab ins Flugzeug zu ihnen hingeflogen. Ehrlich. Und wenn er da die Dose aufgemacht hat, dann hat der ganze Laden gestunken. Also fast vulgär, ordinär. Das war opulent, ein Geruch, einmalig. Seitdem habe ich nie wieder richtig gute Trüffel gegessen. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt beurteilen kann, weil ich habe nicht oft genug in meinem Leben Trüffel gegessen, um zu sagen, wo ist die Qualität, wo nicht. Ich meine, für mich, hier in Deutschland noch nie gute Trüffel gegessen zu haben. Wie findest du den? Den finde ich okay, aber das ist glaube ich das, was Alexander auch sagte. Also das Gericht ist sehr gut. Das meine ich. Also das Gericht ist wirklich hervorragend. Diese Trapazine hier auch. Gerade auch die Mischung mit der Birne, das finde ich gut. Das Trüffel werden ja oftmals auch so mit leichten Port-Sachen eingelegt. Das heißt, die Süße passt wirklich großartig, Kalb sowieso. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das ein guter Trüffel, ja oder nein? Das kenne ich nicht beurteilen gerade. Es ist ein guter Trüffel. Es ist ein guter Trüffel. Aber ich gebe dir recht. Es ist nicht der Sensations-Trüffel, weil der verlässt das Land nicht. Das meine ich. Das ist so, dass der Trüffelbauer, wenn er den hat, der sagt, oh der haut mich um, den isst er selber. Okay. Den zweitbesten, den fährt er nach Frankreich. Und alles, was danach kommt, das wird verkauft. Weil das ist ja bloß eine Handvoll. Und da wird einfach schon ein bisschen anders gearbeitet. Aber das ist ein Trüffel, den du, gerade ist ein Wintertrüffel in dieser Qualität, wenn du hier in Deutschland kriegst, wo du da schon einen der besseren Qualitäten kriegst. Weil dieser Sommertrüffel, das ist fürchterlich. Der kostet ja ein Kilo 150 Euro oder irgend so was. Und das ist wirklich, wenn du drüber hobelst, das schmeckt auch wie Sägespänne. Also den Sommertrüffel nicht kaufen, das ist wirklich gescheit. Also entweder so oder gar nicht. Am besten wirklich hier Februar, März nochmal die letzten Ernten absahnen. Da geht der Preis dann nochmal ein bisschen runter. Und dann kannst du den auch selber einmachen. So, jetzt Alfons. Also ich gebe dir nicht ganz recht, dass wir nur einen schlechten Trüffel kriegen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich bin, weil die müssen ja auch ein bisschen Flacke zeigen. Aber der Trüffel ist sicher nicht schlecht, der ist sehr gut. Und am besten schmeckt dir dein Brot. Das ist super, gell? Ja. Das finde ich auch. Das ist ganz toll. Da kommt der Trüffel am besten durch. In seiner Intensität kommt er hier am besten durch. Und das ist sowas, du nimmst was in die Hand und du weißt, wenn es reinbeißt, dann schmeckt es. Und beim Fleisch, das ist wunderbar gebraten. Aber du hast ja doch das Fleisch mit diesem Widerstand. Kommst dann irgendwann auf den Trüffel, schaut auch wunderbar aus. Wirklich, das ist in sich stimmig, da gibt es gar nichts. Aber das als Brotzeit. Ja. Ja gut. Kann man lassen. Das würde mir nehmen. Ja, ja, würden wir nehmen. Cornelia. Also mir schmeckt es auch wunderbar. Das ganze Gericht ist klasse. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da merkt man irgendwie, dass dieser Wintertrüffel halt tatsächlich auch die Hitze braucht. Und dadurch, dass der hier ein bisschen klein gehäckselt ist und nicht so eine ganz dicke Scheibe, kommt eben da tatsächlich das Aroma am allerbesten aus. Super. Mit dem kleinen. Der ist einfach auch allein schon die Oberfläche vergrößert, wenn es jetzt mal untermixst. Und hier hast du das Erlebnis, auf den puren Trüffel zu beißen. Und da hast du das Erlebnis von dieser Vielfalt des Geschmackes. Und die Farce ist der Aromaträger. Und das macht ja auch dieses Zweierlei aus. In dem Fall. Nelson? Ja, ich habe es auch probiert und ich finde es erstmal total lecker. Und das ist eben genau eine schöne Mischung aus teures Produkt, aber trotzdem irgendwie auch noch handwerklich damit umgegangen. Das heißt, die Tramezzini gemacht, das Ganze gefüllt. Und der Trüffel braucht ja auch diese Wärme, um sich wirklich zu entfalten. Also man muss ihn eigentlich weiterverarbeiten, um das richtige Aroma zu entlocken. Und das ist hier gelungen. Also super. Diese Birne. Nur in Butter. Nur in Butter. Und von der Konsistenz her. Ja, darf ich ein bisschen Widerstand haben. Man sagt ja auch, beim schwarzen Trüffel brauchst du den Koch, beim weißen Trüffel brauchst du den Hobel. Der weiße Trüffel wirklich nur drüber hobeln, essen fertig. Der Schwarze muss am besten in die Soße rein. Und deswegen auch die Birne. Also alles was so süßlich ist, mag der Trüffel gern, aber nicht Säure. Also so mit einem sauren Apfel, das mag er nicht. Der Trüffel ist eher so der dumpfe Geselle. Und wenn du da jetzt hergehst, der Lauch ist ein wenig dumpf und die leichte Süße von der Birne. Das ist gut. Und das hat nicht so viel Aroma in Form, dass das eben Säure bringt. Und auch in der Schühe habe ich dann noch so ein bisschen Portwein eingekocht. Und das hat diese Süße immer ein wenig dumpf. Super. Und wenn du das jetzt kaputt machen willst, haust du dann zu Drohnen und sag drüber. Dann ist die Chance gelaufen. Dann heißt es, wow ist modern. Toll. Also, großartig gegessen. Wunderbar. Alexander Herrmann. So. Und jetzt. Ich weiß. Aber ich muss das ablesen, weil das so ein kompliziertes Wort ist. Mangostaden, Mangostanen. Pralinenmus mit Mangostanensalat von Alfons Schubeck. Das ist das Heuschel. Das ist das Heuschel? Ist da was schief gelaufen? Nein, gar nicht. Ich habe es raus gelassen. Also. Weil ich mir gedacht habe, der Kameramann hat Hunger. Aber der hat sich nicht getraut. Also hier habe ich das Pralinenmus und oben das ist Weißen. Also erstmal schauen wir uns das mal an und halten mal fest, dass das sensationell schön erstmal aussieht. Finde ich. Ganz schön gemacht. Das gehört natürlich länger in den Kühlschrank. Das ist ja klar. Ich könnte jetzt laut Gelatine reinknallen, dann ist das fest. Aber dann geht 30 Prozent des Geschmacks verloren. Und je weniger Gelatine, umso besser der Geschmack. Und wenn du das jetzt durchziehen lässt, zwei Stunden im Kühlschrank, dann hat das eine schöne Konsistenz. So. Und das muss dieses Kalte, das sich dann verbindet. Und das ist eben das Weiße, das ist ein weißer Kaffeeschaum. Was ist das genannt? Also da wird Kaffeebohnen in Sahne eingelegt. Das müsste kalt sein, oder? Ja, das muss alles kalt sein. Aber Tim hat eben vier Löffel sich reingepfeffert. Ja. Scheint zu schmecken. Super. Also was ich ja wirklich mag, dass so simple Desserts, in Anführungszeichen simpel. Aber es ist eine Creme, es ist in einem Glas angerichtet, es ist nicht das ganz große Konzert. Das ist eine Sache, die man auch gut zu Hause machen kann. Manchmal sind das schon Sachen, die wir auch kochen, wo man sagt, hey, hättest du echt Schwierigkeiten, du hast das Gerät nicht, du hast nicht das nicht. Und das Ding ist so einfach, also nicht einfach, aber es ist so nachvollziehbar. Und es ist ein ganz großer Geschmack. Das ist toll, großartig. Ich glaube, wichtig ist, dass in der Sendung auch Dinge, dass die Leute das nachvollziehen können. Ja, ich meine, ich fahre noch mal. Das ist ja mal gern nachmachen. Wenn Sie jetzt einer gerne einen Trüffel kauft, kauft das hin, ja? Ich meine, ich muss kein Radiergummi reingeben. Aber das, was wir heute gesehen haben, das ist nachvollziehbar. Auch diese Idee mit diesem Ei einmal in Olivenmüll probieren, auch wenn das erste kaputt geht. Aber da hängst du einen Thermometer rein und dann gelingt dir das. Verstehst du das? Und das schmeckt halt. Spinat und Ei. Das ist ein uraltes Gericht. Du ziehst dich mal zurück. Und das ist genauso. Das ist einfach gemacht. Das kann man gut vorbereiten. Das kann jeder auch machen. Das ist eine einfache Rezeptur. Nur kehrt das halt jetzt zwei, drei Stunden in den Kühlschrank. Dann zieht das an. Aber ich hätte auch fünf Blätter Gelatine reinknallen können. Aber wenn es jetzt Bockl hat, schmeckt es nur die Hälfte. Weil Gelatine einfach im Geschmack wegzieht. Der nimmt dann Geschmack, ja. Und die Kunst heute. Früher haben wir ja so Creme gehabt, so bayerische Creme, die, wenn du es geschüttelt hast, die haben sich gar nicht gerührt. Und die Kunst ist ja, dass es stockt. Aber wenn du es isst, dann muss es gut schmecken. Und man hat es einmal nur mit Eiweiß gemacht. Und Eiweiß entzieht den Produkt auch Geschmack. Also nur begrenzt Eiweiß rein. So, Tim. Ja, ich bin gerade fasziniert davon, was du verdrücken kannst, in welcher Zeit. Wahnsinn. Hm? Hm. Das erinnert mich, glaube ich, ein schönes Internetvideo von so einem kleinen Kind. Ist doch schon hier erledigt wieder. Das wird von seinem Vater gefilmt. Das Kind ist so drei Jahre alt, sitzt an seinem Kinderstuhl, isst was. Der Vater hält die Kamera drauf, das Kind die ganze Fresse voller Schokolade. Und dann fragt der Vater so das Kind, das ist ein Video, den kann man sich auf YouTube angucken. Ich weiß nicht, wie das Mädel hieß, Andrea oder Petra. Petra, eins musst du wissen, man darf nicht lügen. Und ich frag dich jetzt ein letztes Mal, hast du die Schokolade gesehen? Und dieses Kind, wirklich, großartig, pass auf. So, Schokoladen für schniertes Maul. Komplett. Und wirklich so. Nein, Papa, wirklich, ich hab die Schokolade nicht gesehen. Das ist so geil. Absolutes Lieblingsding. Du hast dann überall noch Schokolade. Wir sind jetzt fertig, ne? Wir sind fast fertig. Äh, Alexander. Hast du die Schokolade gesehen? Hast du sie probiert vor allem? Nee, noch nicht. Dann hau mal rein. Nelson, hast du getestet? Ja, ich hab probiert und am meisten freut mich ehrlich gesagt so ein bisschen der Zuckerrand außenrum, weil das ist so ein bisschen so auch richtig klassische alte Schule. Und ich mag das voll gern, wenn der Alfons so was macht, so richtig so alte Dinger, das ist geil. Und Elia, ich kann nichts mehr sagen, das ist einfach, einfach gut. Aber da möchte ich in der Hinsicht dann mal da mit reinspringen. Weil das ist das, was mir beim Alfons eigentlich an so gefällt. Er hält immer an diesen Klassikern zwar fest, aber er bringt die sehr gut in die Moderne rein. Und ich finde auch, dass er das immer so macht, dass du das Gefühl hast daheim, das könnte ich nachkochen. Also wenn ich jetzt gewisse Ideen von ihm jetzt rezepturtechnisch auf einem App oder so runtergeladen hab, keine Ahnung. Aber das ist schön, das ist nie zu alt, nie übertrieben schön. Dieses App von Lanz kocht fürs iPhone ist sensationell. Da kannst du doch die Zutaten alle runterziehen und so weiter. Von Schubert gibt's auch eins. Ehrlich? Aber das braucht keiner. Das ist, weiß ich nicht. Merkt, was wir noch längst die Sendung noch machen? Nein, ganz im Ernst. Vom App wird man nicht satt. Vom App wird man nicht satt, aber von dem Dessert hier schon. Ich freue mich, alle Gerichte gut gekocht. Kompliment. Finde ich auch. Wir wollten heute mal richtig große Kochkunst zeigen. Und die Schwierigkeit besteht ja immer darin, das in einer Stunde zu zeigen. Ich finde, das habt ihr ganz grandios gelöst. Für mich unerreicht natürlich die Champignonschnippelei von Tim Melzer. Wenn du sagst. Eine Stunde. Wenn du sagst, große Kochkunst, dann muss ich auch sagen, es gibt noch gute Produkte. Die gibt es. Aber man muss sich das wert sein. Und es ist ja für seinen eigenen Körper. Fürs Auto würden sie das Geld schon ausgeben. Und da muss man halt ein bisschen mehr investieren. Und leider Gottes ist das noch nicht in den Köpfen aller Deutschen reingegangen, dass dein Körper eigentlich das Wichtigste ist. Wenn du dann im Krankenhaus liegst, dann kannst du die Krankenhauskost essen. Also. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Wir haben ganz toll gegessen. Das sollten wir öfter machen. Also wenn man euch dann so bei dieser Arbeit zusieht, das fasziniert mich immer am meisten. Ich hab das ja Eingangs erwähnt. Ich hab auch selber so viel gegessen. Bei Alexander Herrmann und bei Alfons Zubeck. Das war sensationell. Und ein Erlebnis. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Wenn Sie blöden. Bis dahin. Danke. Tschüss. Das war Glück. Mück seed wird. Danke schön.